Du hast eine gewisse Summe zur Verfügung, die du gerne an der Börse investieren willst, weisst aber noch nicht genau, wie du vorgehen sollst. Genau darum geht es in diesem Video. Wir gehen einfachheitshalber davon aus, dass du jetzt 100.000 Euro, Schweizer Franken, was auch immer, zur Verfügung hast und möchtest diese jetzt an der Börse investieren. Wie geht man da vor? Was muss man alles beachten? Wie würde ich persönlich vor allem vorgehen? Und wie gebe ich das auch weiter an meinen Kunden im Coaching? Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Also, starten wir mal. Du hast jetzt 100.000 Euro zur Verfügung und willst diese jetzt an der Börse in Aktien investieren. Viele Leute machen da schon den ersten Fehler und sie gehen hin und schauen sich Aktien an, die interessant sind, in welche soll man investieren, welche laufen gut etc. Also, es geht schon sehr tief in die Umsetzung rein. Und da setze ich anders an. Also, ich empfehle immer wie folgt vorzugehen. Zunächst mal sollte man sich ein Grundgerüst schaffen für sein Portfolio, also eine Portfoliostruktur einrichten. Was meine ich damit? Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwelche Aktien zusammenzusuchen, sich zu kaufen und dann hat man irgendwie ein komisches Mischmasch aus Aktien, aus Branchen, vielleicht eine komplette Übergewichtung. Deshalb muss man sich wie ein Fundament schaffen, ein Grundgerüst. Und da macht es einfach Sinn, sich zu überlegen, hey, was will ich in meinem Portfolio haben? Das kann hingehen von der Diversifikation von Sektoren, von Branchen. Also, wo man sich anschaut, hey, ich will, es gibt ja etwa so zehn, vereinfacht gesagt, zehn übergeordnete Sektoren, Branchen, von Technologie, Gesundheit, Konsum etc. Da kann man einfach hingehen und sagen, okay, ich muss hier nicht gleich alle abbilden in meinem Portfolio, aber zumindest mal eine gewisse Anzahl, vielleicht vier, fünf Sektoren, Branchen will ich haben. Und dann baut man sich daraus ein Grundgerüst und sagt, hey, okay, ich will einen Teil, vielleicht 20% im Bereich Gesundheit, 20% im Bereich Konsum, vielleicht 10% im Bereich Technologie etc. Das kann man dann so ein bisschen zusammenstellen, wie das für einen auch passt, weil es kommt auch ein bisschen darauf an, was für einen Wissensstand du hast. Wenn du jetzt jemand bist, der technologisch sehr versiert ist und sich sehr gut auskennt mit Technologien, dann kann es durchaus Sinn machen, dass du auch sagst, hey, das ist mein Themengebiet, wo ich mich auskenne, da möchte ich gerne 30% meines Portfolios investieren. Ich will aber auch im Gesundheitswesen natürlich einen gewissen Anteil haben, das soll dann vielleicht noch 20% ausmachen, dafür will ich im Konsumbereich ein bisschen weniger haben, 10%. Und so kann man sich das zusammenstellen, dass man schon eine gewisse Diversifikation hat, aber man darf gerne auch gewisse Schwerpunkte setzen. Weil wenn du dir ein Portfolio als Einzelaktien zusammenstellst, dann darfst du auch Platz haben, dass du hier wirklich in etwas investierst, dass du verstehst, was du weisst, was du machst. Und sonst kannst du dir genauso gut einen ETF kaufen, der breit gestreut, diversifiziert ist. Also von dem her gesehen ist das wichtig, dass man hier auch gewisse Schwerpunkte setzt, aber auch auf die Diversifikation achtet. Und das geht dann auch darüber hinweg, über Branchen hin zu Ländern, wo man dann schaut, hey, gibt es Länder, die ich gerne investieren will oder die ich nicht investieren will. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Viele Leute gehen so hin und sagen, ja, ich will jetzt in China investieren, kaufen sich chinesische Aktien. Und da könnte es auch eine Möglichkeit sein, dass man hingeht und sagt, okay, muss ich denn wirklich Aktien haben, die in China domiziliert und ansässig sind? Oder kann es auch ein amerikanisches, ein deutsches, ein Schweizer Unternehmen sein, das vielleicht einen gewissen Anteil seiner Umsätze in China umsetzt? Weil der Vorteil ist dann einfach, dass du hier eine Rechtssicherheit hast. Das Unternehmen sitzt in einem Land, wo du weisst, hey, da wird wahrscheinlich auch von der Rechnungslegung das Ganze einigermassen richtig ablaufen. Und das hast du halt in gewissen Ländern, diese Garantie nicht. Aber das gehört auch schon ins Grundgerüst rein. Wo will ich investieren? Wo will ich mich umgeben? Für die meisten Leute würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn man einfach eine breite Internationalisierung ansteht, dass man nicht zu sehr jetzt schaut, hey, wo sitzt das Unternehmen, sondern einfach schaut, hey, dass man Unternehmen wählt, die eine gewisse Grösse haben, die auch international unterwegs sind. Und dann hast du hier schon eine gesunde Diversifizierung. Auch die Gewichtung spielt da natürlich eine Rolle. Wir haben jetzt von den Sektoren gesprochen, von den Branchen. Und dann muss man das aber noch runterbrechen und sagen, okay, mal angenommen, ich habe jetzt hier fünf Branchen. Einfachheitshalber gesagt, jede Branche hat 20% Gewicht in meinem Portfolio. Und dann geht man hin und sagt, wie gross soll mein Portfolio werden? Das soll zwischen 20 und 30 Aktien. Macht durchaus Sinn, dass man eine gesunde Diversifikation hat. Und dann weiss ich schon, für jede Branche kann ich jetzt so und so viele Aktien schlussendlich ins Portfolio holen. Und das ist sehr entscheidend, weil dann läufst du nicht hin, kaufst jetzt irgendwie blind Aktien und merkst dann irgendwann mal, oh, jetzt habe ich hier schon die Hälfte meiner Aktien in Technologie. Jetzt muss ich wieder was verkaufen, wegen der Gewichtung etc., also die Kosten, sondern kannst von Anfang an relativ strukturiert und gezielt dein Portfolio aufbauen und in Branchen, Sektoren die Augen offen halten, wo du halt noch Lücken hast, wo du noch Unternehmen brauchst. Also Grundgerüst, ganz wichtig, vielleicht etwas langweilig. Ich weiss, die meisten möchten am liebsten gleich rein starten und Aktien anschauen und kaufen. Aber nee, also es macht wirklich Sinn, sich das Ganze zunächst mal wirklich strukturiert anzugehen, die Basis zu schaffen. Okay, dann im nächsten Schritt, geht es darum, einen Screening-Prozess für sich zu etablieren. Was meine ich damit? Wir haben jetzt das Grundgerüst geschaffen und müssen jetzt Ausschau halten nach Unternehmen, nach Aktien, die passen zu unserem Grundgerüst. Und da macht es einfach Sinn, jetzt nicht hinzugehen und sich zu überlegen, ja, jetzt kenne ich die Aktie XY, ich kenne jetzt Microsoft, ich kenne Apple, okay, dann kaufe ich mir diese Unternehmen. Sondern es ist wirklich sehr angebracht, sich auch eine gute Software zu suchen, eine Webseite, die einem sehr viel Arbeit abnimmt, die einem alle Daten gut komprimiert aufbereitet, wo man dann sagen kann, okay, zeig mir jetzt an, welche Unternehmen haben ein gesundes Gewinnwachstum, haben gesunde Margen, sind von der Verschuldung her attraktiv bewertet und passen noch in diese Branche, in dieses Sektor rein. Und dann kannst du dir hier wirklich die Rosinen rauspicken von Unternehmen, die genau zu dir passen, zu deiner Portfoliostruktur und kannst sehr viel Zeit einsparen und musst nicht nur dich an Unternehmen halten, die du gekannt hast, sondern lernst durch so einen Screening-Prozess natürlich auch laufend neue Unternehmen kennen, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest, die aber noch sehr viel mehr Renditepotenzial bieten, als vielleicht bei diesen etablierten Unternehmen, die jeder kennt. Also, von dem her gesehen, eine gute Software aussuchen, du kennst das vielleicht von meinen Videos, ich arbeite viel mit dem Aktienfinder, aber auch mit TradingView, gibt aber natürlich auch andere Anbieter auf dem Markt, die absolut gut sind, da will ich jetzt gar nicht mit niemandem schlecht oder gut reden, musst du einfach für dich etwas finden, das zu dir passt. Die Software sollte einfach so aufgesetzt sein, dass du auch gewisse Kriterien wirklich eingeben kannst und diese Kriterien musst du für dich natürlich auch ein Stück weit zunächst mal definieren. Also, bist du jemand, der auf Dividende aus ist, du willst Dividendenerträge haben, dann wirst du wahrscheinlich andere Unternehmen angezeigt bekommen bei seinem Screening, als jemand, der auf das Wachstum, den Wertwachstum von seinem Portfolio aus ist. Also, das sind wichtige Grundlagen, wo man sich zunächst mal entscheiden muss, wohin geht es, wo dann auch darüber entscheiden, welche Unternehmen dir dann hier angezeigt werden und die du dann im Nachgang noch detailliert anschauen kannst. Also, auch hier wieder zunächst die Grundlagen schaffen, nicht einfach irgendwo hin blind reingehen und dann kriegst du irgendwie halt nicht die Ergebnisse, die du gerne hättest. Wichtig ist auch, dass du wirklich etwas hast, wo du sehr schnell einen Gesamtblick zu einem Unternehmen, zu einer Aktie bekommst. Also, wirklich, wo du innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht ein, zwei Minuten Maximum, schon mal einen ersten Eindruck zu einem Unternehmen hast, zu einer Aktie, hey, haben wir steigende Gewinne, Umsätze etc., da sieht es gut aus und da hilft es einfach sehr, sich halt vielleicht auch ein bisschen etwas zu bezahlen für ein Tool, das gut aufbereitet ist, damit du hier nicht alle Kennzahlen irgendwo zusammensuchen musst und dann steigt natürlich auch die Fehlerquote, wenn du das hier von verschiedenen Quellen zusammensuchst. Also, Screening-Prozess, sehr wichtig, nimmt dir später extrem viel Arbeit ab. Dann geht es darum, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir uns jetzt 18 kaufen, sondern wir bauen uns zunächst mal eine Watchliste zusammen, also eine sogenannte Beobachtungsliste, kann man im Ganzen auch sagen, wo wir uns einfach mit Hilfe des Screening-Prozesses jetzt Aktien nehmen, die absolut top sind, in unsere Sektoren, in unsere Branchen passen, die ein gesundes Wachstum aufweisen, die packen wir in diese Watchliste und das wird danach eigentlich unser Fundus, wenn man so will, oder unsere Fundgrube, wo man danach immer wieder Aktien findet, die man nochmal ein bisschen vertiefter analysieren kann, wo man dann für sein Portfolio sich etwas rausgreifen kann. Weil es gibt etwa 40.000 Aktien, wo du theoretisch investieren könntest und wenn du hier immer wieder neue suchen musst, das wird extrem zeitaufwendig. Wenn das dir Spass macht, kannst du das natürlich machen, wie die meisten von uns, hat Zeit auch einen gewissen Stellenwert und da ist natürlich wichtig, dass man hier einen Prozess hat, der einem möglichst viel Zeit abnimmt. Wenn du so eine Watchliste hast, kannst du immer wieder darauf zurückgreifen, wenn du mal eine Aktie verkaufst, musst du einfach deine Watchliste anschauen, nimmst hier ein Unternehmen raus, das gut aussieht und dann natürlich auch die Bewertung passt. Aber deshalb, die Watchliste kommt jetzt an dritter Stelle, sehr wichtig für mich und erst dann gehen wir wirklich mal vertieft in die Analyse rein. Also dann haben wir aus dieser Watchliste ein paar Unternehmen, wo wir sagen, ja, jetzt möchten wir gerne investieren in diese Unternehmen, weil wir dann auch schon ein bisschen ein Gespür bekommen haben für andere Unternehmen, Konkurrenzunternehmen und können das Ganze ein bisschen abwägen. Und dann gehen wir in die vertiefte Analyse rein, wo wir uns einfach anschauen, hey, eben von der Gewinnentwicklung, was will ich haben, was will ich für ein Wachstum haben, was habe ich auch für einen Renditeanspruch an das Unternehmen. Das heisst, wenn du ein Unternehmen hast, das nur noch ein, zwei Prozent pro Jahr wächst, dann wirst du hier keine 15 Prozent Rendite aufs Jahr rausholen können, das ist ganz klar. Wenn du aber Mehrwert auf Sicherheit, Stabilität setzt und legst, dann solltest du vielleicht nicht Unternehmen ins Portfolio haben, welche noch Verluste generieren, welche noch in der Startphase sind etc. Da kommen dann diese Kriterien vertieft ins Spiel, wo man dann ganz genau schaut, was passt für mich. Da spielt dann aber auch rein, dass wir uns dann auch den Wert einer Aktie anschauen. Ist die Aktie attraktiv bewertet? Ist sie zu teuer? Ist sie zu günstig? Ist sie attraktiv bewertet? Das spielt alles in diesen Prozess rein, weil danach wissen wir dann, wir haben ein tolles Unternehmen, das passt zu unserer Strategie, das passt in die Struktur unseres Portfolios, fundamental, Top-Unternehmen, gesund, keine grossen Risiken in der Bilanz etc. Und das Ganze noch zu einem fairen Preis, bewusst fair und nicht günstig, weil die meisten Qualitätsunternehmen sind einfach nicht günstig oder sehr selten. Ein fairer Preis reicht völlig aus und dann hat man wirklich die Basis und kann sagen, hey, jetzt kann ich in das Unternehmen schlussendlich dann auch investieren. Dann kommen wir eben zu diesem Punkt, Einstiege, Ausstiege planen und umsetzen, weil, ganz wichtig, gekauft hast du eine Aktie relativ schnell. Klar, du hast jetzt gewisse Prozesse befolgt und hast hier schon sehr viele wichtige Punkte vollzogen, damit du grosse Risiken ausschliessen kannst. Nichtsdestotrotz, gekauft ist schnell, wann verkaufst du die Aktie aber wieder? Und da kommt halt auch die technische Analyse ins Spiel, wo man ganz klar sagen kann, ich investiere jetzt in diese Aktie. Meine These ist schlussendlich, dass das Unternehmen in einigen Monaten, Jahren sich im Wert noch steigern wird, weil die Gewinne steigen etc., weil der faire Wert attraktiv ist. Aber ich kann mich ja auch täuschen oder zumindest mal nicht nur täuschen, es kann auch sein, dass sich die Situation ändert und jetzt plötzlich im Nachgang meiner Analyse Probleme auftauchen beim Unternehmen. Die Aktie fällt, fällt, fällt. Und da ist es einfach wichtig, dass wenn du eine Aktie kaufst, dass du genau schon weisst, wann würde ich diese wieder verkaufen. Und genau da kommt die technische Analyse ins Spiel, wo man sich mit verschiedenen schlussendlich Indikatoren oder Trendfolgestrategien genau definieren kann, hey, unter diesem Preis, wenn es darunter fällt, dann verabschiede ich mich mal vorläufig von dem Unternehmen, warte ab, bis sich das beruhigt, steige dann wieder ein, wenn sich das erholt oder nehme das Geld und stecke es woanders rein, wo ich ein grösseres Potenzial sehe. Also, Kaufgelegenheiten kann man natürlich auch erkennen, indem man mit der Chartanalyse schaut, hey, in welchem Stadium befindet sich der Aktienkurs, haben wir steigende Kurse, fallende Kurse. Wenn du eine Aktie hast, die fällt seit einem Jahr mehr oder weniger schnurgerade nach unten, dann soll man vielleicht nicht unbedingt jetzt einfach aufspringen, weil die Aktie schon stark gefallen ist. Dann ist es vielleicht eher ein Zeichen, wo man vorsichtig sein muss, wo man dann erkennen kann, die Aktie soll sich zunächst mal fangen, einen Boden bilden, dann kann man dann über einen Einstieg nachdenken. Also, man kann das Ganze sehr gut planen, man muss nicht überstürzt einfach sofort kaufen. Es gibt immer wieder Chancen, selbst wenn dir mal eine Aktie davonläuft, es kommt immer wieder eine Korrektur, du hast immer wieder Gelegenheiten einzusteigen. Deshalb hier auch, Geduld ist immer ein guter Faktor, nicht einfach blind reingehen und sich das Ganze eben hier wirklich prozessartig hier quasi ranarbeiten, wann du einen Kauf tätigst und wann nicht. Genau. Dann schlussendlich, wenn du die Aktie dann hast, du hast einen guten Einstieg gefunden, du hast dein Portfolio nach und nach zusammengestellt, das geht vielleicht auch nicht von heute auf morgen, das musst du dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Zeit geben. Wenn natürlich die Chancen da sind, dann ergreifst du die, wenn sie nicht da sind, musst du dann ein bisschen abwarten. Und wenn du das aber aufgebaut hast, das Portfolio, geht es auch darum, das zu verwalten, zu beobachten, also regelmässige Kontrollen durchzuführen. Das hat dann auch, schlussendlich kommt es darauf an, wie viel Zeit hast du, wie viel Lust hast du, das zu machen. Es gibt Leute, die haben so viel Freude daran, die schauen sich das Ganze wöchentlich an. Es gibt Leute, die sagen, nee, die Zeit habe ich nicht, ich habe noch Familie, ich habe noch Hobbys, ich schaue mir das vielleicht einmal im Monat an. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, ich habe einen sehr langen Zeithorizont, ich schaue mir das nur immer wieder an, wenn die neuen Ergebnisse gekommen sind, die Quartalergebnisse, also im Prinzip dann alle drei Monate. Und so kann man das für sich anpassen und halt auch, ja, Unternehmen raussuchen, die seinen zeitlichen Ansprüchen, zeitlichen Bedürfnissen, die Ressourcen, die man hat, gerecht sind und diese dann ins Portfolio holen, damit du relativ entspannt hier dein Kapital, deine jetzt in diesem Beispiel 100.000 Euro, Schweizer Franken, nach und nach an der Börse platzieren kannst. Es ist nie oder oftmals nicht der richtige Plan zu sagen, ich muss jetzt diese 100.000 sofort investieren, reingehen, komme was wolle, weil es kann einfach sein, dass momentan halt einfach die Gegebenheiten nicht da sind, dass einfach, dass nicht der gute, beste Moment ist und du musst halt einfach schauen, dass du, dass du hier Geduld mitbringst an der Börse und halt dann zugreifst, wenn die Gelegenheiten da sind und das haben wirklich viele Leute auch Probleme damit und wenn du aber einen Prozess hast, der dir aufzeigt, wann es Sinn macht und wann nicht, dann nimmt es dir einfach sehr viel Arbeit und Entscheidungen ab und lässt den Markt und die Gegebenheiten halt sich selbst entscheiden und das ist wirklich ein guter Rat, wenn man dann irgendwann mal so weit ist und sagt, ich muss nicht vom Bauchgefühl heraus entscheiden, sondern ich analysiere, was passiert und lasse dann den Markt schon entscheiden, wann ich meine Position aufbaue oder auch wieder abgebe. Genau, also, es geht hier auch darum bei diesem Buy, Hold and Check, dass man seine Gewinne absichert, weil es nützt dir nichts, wenn du in einem Unternehmen hast, du hast dir eine schöne Rendite aufgebaut, irgendwann stellst du fest, das Unternehmen ist einfach viel zu hoch bewertet, ich bin mal eingestiegen, da war es noch in Ordnung, jetzt ist das Ganze so heiß gelaufen und wenn du einfach nichts machst und das einfach liegen lässt, kann es durchaus sein, dass dir die ganzen Gewinne wieder abgenommen werden und da muss man differenzieren können, wann setze ich mir eine Absicherung rein, wann würde ich verkaufen, wann würde ich vielleicht das hinnehmen, dass es eine kleine Korrektur gibt und das Ganze nutzen, um Nachkäufe zu tätigen und das ist genau in diesem letzten Schritt ist das halt sehr wichtig, du hast hier nicht mehr viel Arbeit bei der Verwaltung eines Portfolios, aber kannst hier halt wirklich noch sehr viele wichtige Entscheidungen treffen und das Ganze nicht einfach blind liegen lassen und dann halt soll dann der Faktor Glück entscheiden, ob das dann in fünf Jahren besser dasteht oder schlechter dasteht, sondern da kann man dann schon auch sehr viel selbst bestimmen, wohin das es gehen soll. Also gut, wir sehen das Ganze nochmal zusammengefasst, nicht einfach blind jetzt hingehen und sagen, ich habe das Geld, ich gebe das jetzt in die Märkte rein, sondern zunächst mal das Grundgerüst aufbauen, die Portfolio-Struktur schaffen, einen Screening-Prozess für sich etablieren, auch mal halt die Software nutzen, mal schauen, wie funktioniert das, das muss für dich passen, die Watchliste aufbauen und schlussendlich dann die fundamentale Analyse durchführen bei den Unternehmen, wo du sagst, da will ich jetzt rein investieren, du musst das nicht bei allen Unternehmen machen, sondern wirklich nur bei den Unternehmen, wo du sagst, da will ich jetzt investieren, da gehst du mehr ins Detail rein, da vertiefst du dich und dann auch natürlich die Einstiege und die Ausstiege planen, aber auch in die Umsetzung kommen. Schlussendlich nur noch das Ganze verwalten, umsetzen, Verkäufe tätigen, wenn es angebracht ist, Nachkäufe tätigen, wenn es angebracht ist, ansonsten tendenziell auch mal die Füße stillhalten und dem Portfolio auch eine gewisse Luft lassen und dann hast du hier dein Portfolio so aufgebaut. Natürlich im Detail ist das Ganze natürlich noch ein bisschen, kommen noch ein paar Punkte mehr dazu, aber im Prinzip würde ich so vorgehen, wenn ich jetzt 100.000 Euro Schweizer Franken an der Börse in Aktien investieren will. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir bitte ein Like da, lass mir einen Kommentar da, wie dir das Ganze gefallen hat, ob du das ähnlich siehst, ob du das ganz anders machen würdest und wenn du lernen willst, wie du das 1 zu 1 für dich umsetzen kannst, diese ganzen Teilschritte, auch weitere Prozesse, weitere Details, wie man das dann 1 zu 1 in der Praxis auch macht, dann schau mal vorbei, auf www.matthiaschristen.com melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch, dann schauen wir uns das mal im Detail an, wo du stehst, was du bereits machst, was man vielleicht noch verbessern könnte und dann schauen wir mal an, ob wir gegebenenfalls auch zusammenarbeiten können oder nicht. Aber wie gesagt, das erste Gespräch kostenlos, nimm diese Gelegenheit wahr, ich würde mich sehr freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen. Vielen Dank.